Was ist vereinbart, da eure Konversationen recht besorgniserregend sind? Hier kommen die letzten Koordinaten, Leute. Okay, das waren alle, oder? Äh, Ahoi? Ja, das waren alle. Ich analysiere die Leuchtfeuerposition, trianguliere die Daten, programmiere ein grafisches Interface. Aha, das war euer Schatzlein. Aufgezeichnet. Habt ihr das geführt, ihr salzigen Seebären? Wir haben euren Schatz gefunden. Du bist ein Bär. Verteidige den Busch. Wir haben einen Bonus im Spiel. Oh, nein, Bär. Wir haben einen Schatzlein. Was ist das? 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 Danke.